hallo liebe pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen waldrunde ja und herzlich willkommen auch zu einer ersten auwaldrunde im märz 2023 langsam wird es ja richtig richtig ernst überall ja was heißt überall in wärmeren gegenden zumindest werden schon fleißig babyspitz morcheln gefunden hier und da vielleicht auch die erste kleine scheibchen lorchel auf dem toten nadelholz ja und dementsprechend zieht es mich halt so ein bisschen in den auwald nicht um hier jetzt wirklich morcheln oder auch scheibchen lorcheln zu finden sondern einfach mal den stand zu kontrollieren ja was machen zumindest die morcheln anzeiger blüht schon das seidel passt was macht die schuppenwurz was macht die schlüsselblume das sind immer so relativ gute indikatoren wenn die nicht da sind dann tut sich normalerweise auch bei dem morcheln noch länger nix ja und wenn die da sind dann kann es eigentlich nicht mehr lange dauern lange rede kurzer sinn ob heute wirklich viele pilze finden stelle ich jetzt mal in zweifel aber die hoffnung ist natürlich da dass es vielleicht eine überraschung gibt ja und vielleicht ist ja sonst irgendwas abseits vom morcheln zu finden und dann erleben wir wieder bestimmt eine schöne interessante und vor allem entspannende waldrunde auf geht's ja liebe pilzfreunde das schaut doch schon richtig nach frühling aus das ist unser aller allererster wilder krokus den wir in diesem jahr finden ja das macht doch schon hoffnung dass auch schuppenwurz und schlüsselblume sich heute zeigen kann man ein bisschen probleme das scharf zu stellen deswegen habe ich jetzt den pilzkorb ganz ganz nah herangestellt ja ich denke so kann man es einigermaßen erkennen alleine wegen der farbe einfach nur wunderschön ja und jetzt hoffen wir auf schuppenwurz und schlüsselblume und vielleicht auch den blühenden seidel passt schauen wir mal ja und als hätte ich es in der einleitung geahnt natürlich gehen wir wieder mal nicht leer aus einmal links abgebogen und ein bisschen genauer geschaut und schon sehen wir dass hier überall winter trompeten schnitzlinge wachsen ja die meisten schon sehr sehr alt aber es gibt auch ganz junges frisches wachstum bei denen wie man hier sehen kann und was ja auch wieder auffällig ist hier steht ein relativ geschützter winter trompeten schnitzling ja mit den typischen orange bräunlichen farben und an stellen wo diese trompeten schnitzlinge ausgetrocknet sind hier zum beispiel oder auch da kann man sehen wie die dann mit dem alter bzw mit der voranschreitenden austrocknung dann letztendlich auch ausbleichen ja immerhin eine art haben wir schon gefunden und das auf den ersten metern vielleicht sind ja noch ein paar fichten zapfen rüblinge dabei und wer weiß was sich sonst noch so zeigt ja unter vollständigkeit halber hier jetzt noch der blick auf die hut unterseite und vielleicht noch die ein oder andere information zur art ist kein speisepilz ja und hat 2023 bzw im winter 22 23 eine sehr sehr gute zeit erwischt kommt immer wieder als bestimmungsanfrage ist sehr häufig zu finden auch bei uns überdurchschnittlich häufig in diesem jahr ja und bei diesem jungen exemplar sehen wir schon wieder es ist egal um was es sich handelt sobald es irgendwie totes pflanzen material gibt ja kann das sich ansiedeln krallt sich hier richtig fest dieser eine fruchtkörper wie man hier sehen kann ja und wächst dann aus jeglichem toten pflanzen material fast letztendlich dann heraus jetzt bin ich schon gespannt ob sich noch andere arten zeigen wie eingangs erwähnt viel ist aktuell nicht los bei uns aber immerhin nach ein paar metern schon die erste art ja das macht hoffnung dass vielleicht zumindest ein paar fichten zapfen rüblinge oder sonst irgendwas in diese richtung heute noch vor die kamera hüpft ja und hier bin ich jetzt an der stelle wo es relativ feucht ist ziemlich sonnengeschützt ja jetzt schaut mal ein riesen oschi vom wintertompeten schnitzling ja so groß können die werden schade dass er relativ kaputt ist von der unterseite sieht er gar nicht mal so schlecht aus ja und da sieht man dass es alter mit diesem ausbleichen eigentlich fast gar nichts zu tun hat sondern es da wirklich nur auf die feuchtigkeit ankommt ja wenn die alt werden an der trockenen stelle stehen und dann austrocknen dann verlieren sie die farbe wenn sie so wie hier an der stelle sind wo es relativ feucht ist dann behalten die ihre orange bräunlichen farben auch bis weit ins alter ja und was findet man typischerweise in auwald bei hasel natürlich haselnüsse und fichten zapfen rüblinge ja kleiner scherz am rande natürlich im auwald bei hasel nicht unbedingt typisch aber es hat ja auch natürlich ein paar fichten ja wie soll es anders sein und die fichten zapfen rüblinge haben hauptsaison die haben wir letzte woche schon gesammelt ja und so ein bisschen im detail besprochen mit dem fichten zapfen helmling verglichen ja und ich muss schon sagen das dürften bis jetzt die schönsten fichten zapfen rüblinge sein die ich dieses jahr gefunden habe richtig schön große hutdurchmesser ja wenn wir von solchen stellen vielleicht noch drei vier fünf finden dann lohnt sich richtig die zu sammeln und dementsprechend schnappe ich mir jetzt gleich mal eine handvoll wir haben vielleicht ein bisschen die daumen dass man auf noch zwei drei vier fünf sechs so stellen wie die hier dann stoßen weil dann können wir uns wieder so ein kleines fichten zapfen rüblings abendessen in diesem fall dann gönnen ja was man hier an der stelle wieder brillant sehen kann ist die typische farbe des stils vom fichten zapfen rübling während des fichten zapfen helmlinge dann könnte man hier an der stelle schon sehen dass der stil nicht im ansatz so warm und bräunlich gefärbt ist sondern der werde er ja weiß gräulich bis gräulich gefärbt ja und auch noch mal zum geruch wie beschrieben die fichten zapfen helmlinge ungenießbar riechen nach chlor ja und die fichten zapfen rüblinge eben nicht und so kann man die vor allem über die farbe des stils und auch über den geruch sehr sehr einfach unterscheiden ja falls ihr euch jetzt fragt was genau hier im auwald macht oder nach was ich schaue ja ich schaue mir genau solche stümpfe an warum ja das ist so ein vermodernder stumpf von einer fichte wahrscheinlich auf jeden fall nadelholz und genau auf solchen stümpfen erscheinen jetzt dann im märz bei uns normalerweise die scheibchenlorcheln hier auf diesem stumpf sind sie letztes jahr genau in dieser mulde gewachsen ich blende euch vielleicht mal ein bild aus dem archiv vom letzten jahr ein ja und in diesem jahr erwartungsgemäß anfang märz tut sich da noch relativ wenig vor allem halt auch ja weiß noch so kalt ist in der nacht ja fast zweistellige minusgrade teilweise ja das ist einfach noch zu kalt ja und ist auch einfach noch zu früh letztes jahr in der zweiten märz hälfte ging es bei den scheibchenlorcheln bei uns richtig los und da sind ja doch noch zwei drei wochen hin aber stellen kontrolliert jetzt wissen wir bescheid ja und natürlich schauen wir noch ein bisschen weiter was sich sonst noch so zeigt jetzt aber für euch erstmal die aufnahmen aus dem archiv von der scheibchenlorchel exakt von dieser stelle ja hier bin ich jetzt an so ein bisschen lichteren stelle und schaut mal wer hier ganz ganz fleißig zu blühen beginnt ja diese kleinen blau violetten punkte da überall das sind leberblümchen immerhin mal wieder ja so ein kleiner frühlingsbote bei schuppenwurz und co sieht es leider nicht so gut aus die stellen die ich bis jetzt kontrolliert habe da rührt sich noch überhaupt nichts ja und da kommen diese wunderbar gefärbten leberblümchen natürlich gerade recht und wenigstens wieder so ein paar frühlingsgefühle zu vermitteln schauen wir mal wie es hier weiter geht habe auch noch gar keinen bärlauch hier gesehen also schaut hier im auwald plus minus eher noch nach winter anstatt nach frühling aus hier haben wir jetzt die leberblümchen in jung das ist aber nicht der grund warum ich jetzt die kamera noch mal eingeschaltet habe sondern freude herrscht ein neues habitat von dem brachbecherlingen ist entdeckt ja die hatte ich in dem wald hier soweit ich im kopf habe bisher noch nie und dementsprechend haben wir wieder ein neues habitat von der art entdeckt wobei das aber wahrscheinlich ja zumindest gefühlt das habitat 374 bei uns in der region ist diese art ist bei uns wirklich sehr sehr häufig auch wenn sie da in der literatur gerne als selten und regional selten beschrieben wird gerade entlang des ins ist der brachbecherling ein regelrechter massenpilz und dementsprechend häufig zu finden trotzdem kann man sich über so ein neues habitat der art freuen ja und es ist wieder ein habitat dass man in den nächsten jahren immer wieder mal gezielt anlaufen können gerade wenn wenig los ist kann man hier schauen ob sich der brachbecherling wieder zeigt ja das ist immerhin die dritte art auf der heutigen fundliste und somit geht es voran ja schauen wir mal ob noch ein zwei arten dazu kommen hier haben wir jetzt mal was vor der kamera das habe ich glaube ich schon länger nicht mehr gezeigt und zwar nennt sich das ganze giraffenholz warum heißt es giraffenholz ja relativ selbst erklärend weil es so ein bisschen an das muster von der haut von der giraffe erinnert ja was hat das ganze jetzt mit pilzen zu tun ja ganz einfach dieses muster entsteht weil sich da ein pilz durch das holz frisst in der regel dürfte das die langstilige ahornholz keule sein ja und dieses mit seel frisst sich dort langsam durch das totholz dadurch entstehen diese verfärbungen und dieses wunder wunderschöne muster in dem totholz ja das zeigt wieder wie interessant die pilzwelt eigentlich ist giraffenholz eishaaar ja also nicht immer nur der stein pilz oder der pfifferling sind interessant sondern auch ganz ganz viele sachen drumherum ja und jetzt sehe ich gerade aus dem augenwinkel schaut mal das sollte in anführungszeichen der übeltäter sein ja das sollte die langstilige ahornholz keule sein hat sich wieder mal gut versteckt hier ja es ist schon lose ja und auch schon hohl ist ganz ganz ist federleicht ja da merkt man schon dass dann nicht mehr viel viel drinnen ist das ist die langstilige ahornholz keule der mit seel für das giraffenholz gesorgt hat ja falls ihr euch fragt wie sieht denn bei mir so ein typischer spitzmarchelwald aus ja im prinzip genau so wir haben hier eschen wir haben hier ahorn wir haben hier nadelholz fichte tanne kiefern stehen irgendwo noch ein bisschen dazwischen und genau solche mischauwälder mögen bei uns die spitzmarcheln da sind die am meisten zu finden es ist jetzt natürlich nicht so dass wenn irgendwo eine fichte eine esche und ein ahorn rum steht dass da garantiert dann 200 spitzmarcheln stehen aber wenn nadelholz esche und ahorn in einem auwald aufeinandertreffen ja dann ist die wahrscheinlichkeit zumindest starke höhe dass hier irgendwann auch mal spitzmarcheln auftauchen könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob diese kombination aus nadelholz ahorn und esche in auwäldern bei euch auch immer wieder zu erfolgen bei den spitzmarcheln führt ansonsten natürlich anzumerken ja den eschen geht es überhaupt nicht gut die leiden sehr unter dem eschen trieb sterben könnt ihr mal googeln ja also ein gewisser prozentsatz von den eschen soll gegen das eschen trieb sterben sogar resistent sein aber ja ich würde mal sagen weit über 90 prozent von den eschen sind davon betroffen und werden in den nächsten jahren leider absterben wie es damit dem morgen weitergeht bleibt dann letztendlich abzuwarten ja und wer hätte das gedacht luftlinie vielleicht weiß ich nicht 300 400 meter von der letzten stelle entfernt wieder brachbecherlinge ja und sogar noch schöner und noch größer als an der letzten stelle hier ist einer und hier wieder die nummer zwei ja ich bin mir sicher dass ich da noch ein paar mehr verstecken unter dem laub hätte nicht gedacht dass es mit denen heute klappt ja und umso größer ist dann natürlich die freude auf der anderen seite muss man halt wirklich noch mal betonen entlang des ins ist diese brachbecherlingsart einfach ein massenpilz ja da ist es eher er fasst schon ungewöhnlich auf einer auwaldrunde nicht auf brachbecherlinge zu treffen ja das soll es für die heutige waldrunde dann gewesen sein hat sehr viel spaß gemacht hier mal so eine erste richtig frühlingshafte runde im frühlingspilz paradies zu drehen natürlich war abzusehen ja dass dabei morchel werbel und lorchel noch nichts los ist dafür ist es bei uns in oberbayern einfach noch zu früh ja und insgesamt habe ich schon den eindruck dass wir in diesem jahr vielleicht sogar ein zwei drei wochen später dran sind als im letzten jahr wobei man halt einfach auch sagen muss dass letztes jahr ein außergewöhnliches jahr in bezug auf frühstarts war ja die früheste spitzmorchel ich glaube auch die früheste werbel und scheibchen lorchel ja und insgesamt einfach ein jahr das von frühstarts geprägt war ja nichtsdestotrotz was so ein bisschen fehlt bei uns sind so die echten richtigen morchel anzeiger ja schuppenwurt seidel passt und auch die schlüsselblume ja da tut sich noch irgendwie gar nichts und das ist eben so ein anzeichen dass es einfach auch bei den morcheln werbeln und lorcheln noch ein bisschen dauert macht aber nichts wir haben geduld wichtig ist nur dass sie irgendwann kommen jetzt hoffen wir mal dass wir diese ja kleine kälteperiode die dabei jetzt wohl ansteht unbeschadet überstehen ja und dann kommen hoffentlich die ersten richtig schönen milden tage vielleicht auch der erste richtig schöne milde frühlingsregen und dann bin ich guter dinge dass es zumindest in richtung ende märz dann noch mit richtig schönen morcheln werbel und lorchelfunden klappt ja könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob bei euch die natur vielleicht schon ein stückchen weiter ist oder wie es da bei euch aussieht ja und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten wahlrunde oder im nächsten pilz porträt macht es gut habt ein schönes wochenende und bis dann